Herzlich Willkommen bei den Timezone News vom Roten Sofa. Als erstes müssen wir einmal das Live im Grünen Programm korrigieren. Am Sonntag, dem 7. Juli, La Société fallen leider aus. Gerald, wer spielt ihn stattdessen? Rammstein! Quatsch natürlich. Womoka spielen, witzige Musik, kommt unbedingt vorbei, das wird gut. Heute am Start als neue Musik haben wir Florian Lohhoff, RYZEN. Wer ein bisschen häufiger zuguckt, das habe ich schon mal vorgestellt, weil ich eine Schnarchnase bin. Coole Bluesmusik, hört unbedingt rein. Florian ist ein super Gitarrist, cooler Typ, guter Sänger. Hört euch das an. Außerdem saß gestern auch erst hier auf dem Roten Sofa und hat einen Song eingespielt, der kommt bald. Ronja Malzahn, Beautiful Mess. Cooler Folkpop, Worldpop, tolle Musik. Dann haben wir noch, oh ja, da freue ich mich ganz besonders drüber. Daniel Green, der erscheint aus dem Album Vanish Like a Cloud and Sunlight. Eine neue Single, Tambourines. Superschöne Funkmusik. Erinnert mich total an Crosby, Stills, Nash & Young. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Zum Schluss haben wir noch Bad Attitude von Lady Crank. Das knallt richtig, klingt als würde euch die Garage um die Ohren fliegen. Hört euch das an, schüttelt die Haare. Wir sehen uns bei Live im Grünen. Bis nächste Woche. Instagram, schüttelt die inimklasse. Bis zum nächsten Mal.